Die Hundezwinger zu reinigen ist das erste, was morgens erledigt werden muss, im Tierheim Sedelsberg. Betrieben wird es vom Tierschutzbund Friseute und Umgebung. Vier Mitarbeiter und durchschnittlich vier Ehrenamtliche kümmern sich um die Tierpflege. Und dazu gehört weitaus mehr, als die Näpfe mit Futter zu füllen. Zeit zum Kuscheln bleibt wenig. Fünf Hunde, sieben Kaninchen und 40 Katzen betreut das Tierheim aktuell. Im Schnitt warten die Tiere zwischen vier und fünf Monaten auf einen neuen Besitzer. Im Jahr 2016 kostete dem Tierheim der Aufenthalt fast 440 Euro am Tag. Sauberkeit und Hygiene spielen bei der Tierpflege eine wichtige Rolle. Nur weil die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen in ihrem Job voll aufgehen, funktioniert das Tierheim so gut. Und dann klappt es auch mit der Vermittlung von Arnie, Nemo und Co. Untertitelung von Arnie, Nemo und Co.